Das VeroVal DuoControl Blutdruckmessgerät misst auch bei Herzrhythmusstörungen korrekt, dank patentierter Duo-Sensor-Technologie. Die SecureFit-Manschette erleichtert korrektes Messen und sorgt für angenehm sanftes Messen dank der innovativen Comfort-R-Technologie. Ein großes beleuchtetes Display vereinfacht das Ablesen. Für noch mehr Sicherheit die Manschettensitzkontrolle und der Ruheindikator. Mit der Duo-Sensor-Technologie kombiniert das VeroVal DuoControl zwei Messmethoden. Die Korotkov-Mikrofon-Methode und die oszillometrische Methode. Für präzise Messwerte sogar bei Herzrhythmusstörungen. Messwerte können mit VeroVal MediConnect einfach gespeichert und verwaltet werden. Das VeroVal DuoControl erhalten Sie jetzt in der Apotheke oder im medizinischen Fachhandel. VeroVal